hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge animations roda mit mir nehmen gleich so wir machen jetzt als allererstes mal beim ultra fast farming weiter jetzt auf der 5 1 auf einmal das was gerade herausbekommen gucken wir mal also jetzt immer hier zwei haben wir durch die drei haben wir durch die vier haben wir durch und da ist die 5 die pro paynex und das wäre natürlich nicht schlecht wenn ich jetzt eine pg oder ein gewehr noch bekommen würde das möchte ich nämlich sowieso haben darüber würde ich mich riesig riesig freuen so dann fangen wir an skip nein strickland propane sieg gucken wir mal das war jetzt nichts und weiter geht's let's go und skip wassup man wassup sieg oh eine werbekiste und ein seltener splitter das ist schon mal gut seltene splitter sind gut dies a really 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 nice nein die werbekiste gucke ich mir jetzt nicht anders erspare ich euch so weiter geht's es reicht wenn ich die dinge um die ohren geknallt bekomme ihr schaut schon genug werbung das weiß ich brauchte nicht noch meine mit anzuschauen so und weiter geht's und nix ok los geht's weiter geht's schauen wir mal und skip und da hüpfte und wieder nix ich habe das gefühl irgendwie ich lasse alle epics für euch übrig oder ihr habt sie mir schon vorher weg gefarmt was weiß ich keine ahnung das gibt's doch überhaupt nicht und skip so das gefühl hier luka passegger der dreht hier richtig auf was er alles weg farmt du farmst mir die ganzen karten leer luka ist nichts mehr für den herrn gleich da aber ich können sie dir du hast ja noch nicht so viele so und skip und 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 wieder eine werbekiste und jetzt wird noch irgendwo eine dritte werbekiste kommen dann schauen wir mal dann schauen wir mal nein die schaue ich mir jetzt nicht habe ich jetzt keine böcke truf und auch menschen die gg die gandhi ist sogar die gg die gandhi ist so kann die ich liebe diese karte und weiter geht's come on baby come on let's get this party started das wäre ich die party wird natürlich riesig große ausfalle riesig große ausfalle wenn dabei jetzt auch mal was bei rauskommen würde wenigstens mal gewährt also was kommt baby come baby baby come 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 baby come baby baby come come nix ich drehe am rad es ist echt zum mäuse melken zum absoluten mäuse melken ich weiß es gibt strickland propane und es geht weiter und weiter und weiter und weiter aber es kommt nichts bei raus und wieder nix gibt mir doch mal was so ein scheiß verdammt verdammt noch mal verdammt und weiter geht's und skip come on baby auf jetzt auf jetzt auf 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 wieder nix da bewegt sich nix rein gar nichts überhaupt nichts nada niente nothing moving here come on kasala auf los geht's los jetzt hier was los und das bewegt sich und das ist die dritte werbe kiste wie ich glaube ich habe hellserische fähigkeiten ich glaube wirklich ich bin ein medium woher ich das denn nur wissen konnte dass da jetzt noch eine dritte werbe kiste kommt der herrgleich ist in zukunft im kuriositäten kabinett zu finden als mr miracle yeah herrgleich ist ab sofort mr miracle wie oft habe ich es nun vorausgesagt es wird eine dritte werbekiste kommen und auch heute wieder habe ich eine sensationelle trefferquote von hundert prozent wahnsinn nostradamus ist ein scheiß gegen mich das hat noch nicht mal er vorausgesehen ja und naja joo das war ja mal wieder nicht gewesen verdammt noch mal verdammt noch sag ich weiter sau preis der bitte damische so jetzt lasse ich sie einfach ausklingen damit ich meine automatik rausnehmen kann bringen wir es einfach hinter uns du hast recht ich möchte es auch hinter mich bringen du hast mir nichts wo auch gar nichts außer werbekisten gebraucht verdammt noch mal nur werbekisten ich will mit den ganzen werbekisten mann so ein scheiß so jetzt kommen wir da noch einmal durch und jetzt sind wir schon so einmal geht noch so und jetzt mach ich die automatik raus ach ne einmal rein gucken wir mal was er jetzt noch spielen würde und wieder raus ja das war's hier vom ultra fast farming mann auf 5 1 chapter 5 1 außer drei vorhergesagten werbekisten mann bin ich gut ich bin so sensationell gut in meinen vorhersagen ja außer den werbekisten ist wieder nichts gewesen naja bisschen geld einkassiert dafür werde ich dann gleich wieder so ein 50er pack opening machen schauen wir mal alles klar brauche ich dann jetzt auch Jo haut rein lasst mir ein like da wenn es euch gefällt schreibt es mir in die kommentare abonniert unseren kanal und schaltet das nächste mal wieder ein wenn es wieder ein ist Animations Roadrun mit mir dem dann gleich machts gut bis dann und tschüss